So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokémon GO. Und ich möchte heute euch mein Labras zeigen, was es ja gestern bei diesem Labras-Event, beziehungsweise bei der Labras-Forschung gab, was man einmalig bekommen konnte. Und entweder hat man es als Shiny bekommen oder man hat es nicht als Shiny bekommen. Man hat ein Hunderter bekommen oder eben kein Hunderter. Obwohl ja in den Newsartikel stand, dass man zum jetzigen Zeitpunkt diese eine Chance hat. Und irgendwie hat es sich so gelesen, als würde man später vielleicht nochmal die Chance kriegen auf weitere Labras mit dieser Schleife. Wir wissen ja nicht, was die gerade vorhaben, ob das das erstmal einführen soll und später kommen dann in einem großen Event alles zusammen. Wir wissen auch nicht, was die anderen dann haben von Team Gelb und Rot. Aber ich möchte euch mein Labras heute zeigen. Ich möchte euch zeigen, was ich im Oster-Event ausgebrütet habe. Ein paar Pokémon davon, ein paar neue Shinies, ein paar Entwicklungen. Dann Pikachu, Evoli, gerade bei Evoli mit den Kirschblüten, ob ich Aquana, Flamara und Blitzer bekomme. Dafür habe ich ein paar auf der Hand, die ich heute auch entwickeln werde, um diese Random-Entwicklungen zu kriegen. Fangen wir aber an mit Labras. Ich gehe jetzt also erstmal hier drauf und gebe mal Labras ein. Jetzt seht ihr, hier drüben sind zwar Shinies, also wir haben das normale Shiny Labras. Ja, wir haben auch das Shiny Labras mit dieser Schleife, also mit dieser Fliege. Was ich persönlich absolut genial finde, weil die ist richtig fett, großglobig. Das mit diesem Ohrläppchen da, weiß ich nicht. Finde ich, ist so unspektakulär. Ja, als Sammler will man immer alles haben, aber ihr seht schon, aus meiner Forschung kam kein Shiny. Ist es denn wenigstens ein gutes, wir können es kurz mal bewerten. Es hat immerhin drei Sterne, zehn Angriff, 13 Verteidigung, 14 KP, 13. Viertel. Wie gut war euer Labras aus der Spezialforschung? Es gab ja rechts im Spezialforschungstab eine Spezialforschung und links im Heute-Tab noch eine begrenzte Forschung. Also achtet da drauf, es gibt wirklich zwei Forschungen dazu. War jetzt nicht schwer. War meistens mit Pokémon fangen und Würfe machen und Bären füttern und Bären benutzen beim Pokémon fangen. Fünf Bonbons erlaufen, wo ich immer sage, dann nehmt halt einen Buddy, der nur einen Kilometer braucht. Dann müsst ihr nur fünf Kilometer laufen, anstatt dass ihr ein legendäres habt. Und ihr braucht 20 Kilometer für einen Bonbon. Dann lieber fünf Kilometer und die fünf Bonbons sind schon fertig. Zur Noten Knuspen nehmen, dann habt ihr halt 0,5 Kilometer. Und dann seid ihr auch damit durch. Ich versuche das, ich bin noch nicht fertig. Ich versuche das bei allen anderen Accounts auch noch fertig zu machen. Vielleicht ist ja bei einem von 18 trotzdem ein Shiny mit drin. Habt ihr ein Shiny bekommen vom Lapras? Habt ihr ein Gutes bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann möchte ich hier mal, äh, ja wie heißt das jetzt? Genau hier oben steht es schon, ausgebrütet. Genau, ausgebrütet, so war das. Und wo fängt es an? Ich glaube, dieses Riolu kann sein, dass das das Erste war, was ich ausgebrütet habe, dann. Ein Drei-Sterne-Riolu. Riolu war ja ein Pokémon, was jetzt auch in den 2 Kilometer-Eiern die ganze Zeit während des Osterevents drin war. War gut, wenn man noch ein Shiny gebraucht hat. War gut, wenn man noch ein Gutes gebraucht hat. Shinies habe ich schon gehabt. Ich hätte gerne ein Hunderter bekommen. Und natürlich auch XL gesammelt. Wir haben jetzt hier als Highlights ein Drei-Sterne-Riolu nochmal. Ist halt trotzdem jetzt nicht so heftig. Ja, ich habe bessere noch auf der Hand. Wir haben relativ am Anfang auch ein Shiny-Toggepi gebrütet mit Blumenkranz. Das sind nicht die Kirschblüten. Das ist dieser Frühlingskranz. Das hatte es also schon mal. Wer es beim letzten Frühlingsevent also nicht gebrütet hat, konnte es diesmal wieder brüten. Habt ihr eins mit Blumenkranz in Shiny. Ist ja Lieblings-Pokémon von vielen, vielen, vielen Leuten. Was hingegen neu war, waren die Kirschblüten bei Evoli und bei Pikachu, beziehungsweise der ganzen Pikachu-Familie. Und während man Pikachu und Evoli wild fangen konnte, musste man Pichu brüten. Auch relativ am Anfang gab es hier direkt ein Shiny-Pichu mit Kirschblüten. Und damit hatte ich eigentlich alles erreicht. Denn Hunderter-Riolu war nur so nebenbei. Wenn es kommt, kommt es, wenn nicht, nicht. Irgendwann kommen ja noch Mega-Lucario-Raids. Da könnte man raiden. Ein paar Mega-Raids machen für das Hunderter. Wichtig war in diesem Event das zu kriegen, weil das ja mit den Kirschblüten dann fort ist. So, ist also da mit Kirschblüten in Shiny. Sieht halt unspektakulär aus, ist aber trotzdem selten. Auch Vonera mit Blumenkranz oder Blumenmuster ist am Start. Gab es ja auch mal in einem Frühlings-Event. Konnte man jetzt also nochmal bekommen. Ich glaube, Mainz hat damals FC Merrimier rübergetauscht. Jetzt habe ich sogar noch ein eigenes gebrütet. Shiny-Riolu war auch dabei. Wurde auch gebrütet. Wäre theoretisch frei zum Tauschen. Aber ich glaube, niemand auf dieser Welt hat irgendwas, was er mir dafür geben kann. Aber ein Shiny-Ressler-Pikachu. Das brauche ich noch, wer da eins hat. Oder wer zwei Shiny-Ressler-Pikachu hat und braucht ein Riolu dafür. Könnt ihr euch gerne melden. Gibt es nicht. Dann zwischendurch habe ich noch schnell einen Glückstausch gemacht. Nochmal mit Riolu. Weil das war ja kein Spezialtausch. Das kann man ja so. Ist ja normales Pokémon. Ist relativ gut geworden, aber habe ich trotzdem auch bessere. Ein 98er-Wommel habe ich gebrütet. Da haben ja schon Leute gesagt, ja, Maxxer und Mann, ihr müsst unbedingt 100er auf 50 her. Dann Azuril gebrütet. Grün. Damals selten. Mittlerweile kann ich es auch schon kaum noch sehen. Ja, es gibt Leute, die haben noch gar keins. Aber ich, ja, Mamfaxo. 100. 100er Mamfaxo. Baby. 100er Babys. Immer gut. Immer genial. Mamfaxo ist auf jeden Fall ein Highlight auch gewesen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Dann noch ein Riolu getradet. Dann ein Praktibalki getradet. Auch hier ein 98er geworden. Da fehlt auch noch das 100er. Noch ein Mamfaxo so drin gelassen. Riolu hier mit irgendwelchen EV. Mamfaxo mit EV. Rabautz. Auch ein 96er noch auf der Hand. Noch ein zweites Shiny Azuril. Viscora. Galapafloss. Azuril. Schon wieder Shiny. Jetzt wisst ihr vielleicht, was ich meine. Voldoball noch hier dabei. Gebrütetes Tarnelwuffels. Und da sind wir ja schon wieder eigentlich vorbei. Also das waren die gebrüteten Sachen. So ungefähr im Event, die ich aufgehoben habe, die Highlights waren, die besonders waren. Wenn wir jetzt einmal bei dem Pichu waren, gehen wir mal auf Schillern und auf Pikachu. Wie gesagt, Pikachu gab es in der Wildnis. Pikachu war neu. Und da sind wir eben auch mit Kirschblüten. Mit Kirschblüten. Ich habe ein männliches. Ne. Ich habe zwei. Was ist denn das? Das ist kein Herz. Das ist ein weibliches. Ist das weiblich? Ist das weiblich? Ist das männlich? Und das ist was? Ich habe zwei weibliche. Und eins davon werde ich jetzt entwickeln. 690 und 172. Ich mache unabhängig von den e.V. eigentlich immer das Höhere zur Entwicklung. Sodass ich auch diese Familie voll habe mit Pichu, Pikachu und Raichu. Kirschblüten. Habt ihr ein Shiny-Pikachu bekommen? Schreibt es mal rein. Kirschblüten incoming. Man sieht das aus wie Shiny. Ne. Man erkennt es an den Shiny-Sternen. Ansonsten erkennt man eigentlich nichts. So. Machen wir hier trotzdem noch einen Stern dran. Das ist wichtig. Und. Was auch wichtig ist. Ich wollte die Evolis noch machen. Also geben wir mal ein Evoli. Jetzt haben wir eben hier diese Evolis mit Kirschblüten. Ich brauche eins so. Ich brauche einen Aquaner. Ich brauche einen Flammarer. Ich brauche einen Blitzer. Ich brauche natürlich auch alle anderen. Aber. Psyaner nach Tara könnt ihr ja beeinflussen. Wenn ihr das Evoli als Buddy nehmt. Zehn Kilometer damit lauft. Sodass es zwei Bonbons erlaufen hat. Und dann seht ihr schon, dass unten wo das Fragezeichen ist, der Schatten ist. Wenn es tagsüber ist, dann Psyaner, wenn es abends ist, nach Tara. Also die könnt ihr gezielt machen. Aquaner Hammer. Guckt mal mal. Am Anfang ist es ja noch leicht. Also Psyaner nach Tara, Wista zehn Kilometer laufen. Als Buddy zwei Bonbons kriegen. Und dann nachts oder tagsüber entwickeln. Glaciola am Gletscher-Modul entwickeln. Folie Purba am Moos-Modul entwickeln. So. Jetzt haben wir hier Blitzer. Okay. Das heißt, uns fehlt nur noch Flammarer. Haben wir wirklich das Glück, dass wir gleich alle drei so haben. Was gibt es noch? Felinara. Felinara auch als Buddy. Aber damit müsst ihr dann 70 Buddy-Herzen verdienen, glaube ich. Dann seht ihr auch bei der Entwicklung, wenn ihr genügend Herzen habt, dass dann eben ein Felinara rauskommt. Das ist ein zweites Aquaner. Da würde sich vielleicht die Schenaya freuen. Die wollte ja ein Aquaner entwickeln. Hat aber leider ein Flammarer bekommen. Wir brauchen immer noch das Flammarer. Das heißt, wir entwickeln das nächste auch noch, bis wir einen Flammarer haben. Und dann sind wir, glaube ich, sind wir dann fertig. Glaciola, Fulipurba, Felinara, Sianer, Nachtarer. Schon wieder Aquaner. Aquaner, Bruder, was machst du da? Okay, okay, okay. Wir geben nicht auf. Wir nehmen einfach das nächste. Denn wir brauchen Flammarer. Meldet euch, wenn ihr Aquaner braucht. Meldet euch nicht. Ich habe eh keinen Spezialtausch frei. Ich bin mit meinen Glücksfreunden immer beschäftigt. Die ganze Zeit. Und da ist es. Da ist das Flammarer. Und das heißt, ich habe noch ein paar übrig. Und aus den restlichen, die übrig sind, kann ich jetzt gezielt die restlichen Entwicklungen machen. Und da habe dann die Kirschblüten-Entwicklungsshiney-Familie auch vollständig. Vollständig. Zur Not hat der Nudel-Account auch, glaube ich, 1-2 noch übrig. Dann hätte ich da die gezielten gemacht und mir rübergetauscht. Aber vielleicht geht es sich noch aus mit denen, die ich hier auf der Hand habe. Ansonsten muss ich sagen, war das Oster-Event eigentlich ganz cool. Hat Spaß gemacht. Dadurch, dass ich jetzt nicht mehr so viel raide und dadurch, dass wir eingeschränkt werden bei den Raids und man eigentlich gar keine Pässe mehr kaufen will und mit den Freunden nicht mehr raiden will. Und da habe ich noch einmal ein bisschen investiert in die 2-Kilometer-Eier, habe die Coins, die ich jetzt hatte, dafür ausgegeben und wurde auch belohnt. Aber in nächster Zeit wird es, denke ich mal, sehr, sehr ruhig werden. Ihr habt ja gesehen, bei Raid Mania statt 20 Raids gibt es nur noch 5. Und ansonsten mache ich keine Fan-Raids mehr, egal welcher Boss da drin ist. Ich mache keine Fan-Raids mehr. Ich versuche dann, wenn, vor Ort und andere mal einzuladen oder mit mehreren Accounts die täglichen Pässe oder die Premium-Pässe. Aber das schränkt uns alle natürlich ein bisschen ein. Trotzdem gibt es Raids für Zuschauer am Sonntag. Vielleicht für die Leute, die sagen, sie brauchen unbedingt noch den DEX-Eintrag von Demeteros. Oder die, die sagen, wir kommen Sonntag trotzdem zusammen, setzen uns hin und labern ein bisschen über die Woche. Das ist natürlich auch möglich. Inwiefern sich das lohnt, weiterhin Raids für Zuschauer zu machen, sehen wir ja dann. Man muss ja nicht 10 bis 15 Uhr machen, vielleicht reicht auch 11 bis 13 Uhr oder 3 Stunden, 2 Stunden, wie auch immer. Ich habe es erstmal auf 10 Uhr angesetzt, je nachdem, wie es ist und wie es dann sehen wir dann. Und dann wird man gucken, wie wir es dann die nächsten Wochen immer so machen. Wie war euer Osterevent? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.